Musik Nun sagt selbst, ihr Damen und Herren, ob man Muozos Dukaten konnt besser verteilen, als wir es taten. Für diese Schelmerei steckt er mal mich in die Hölle. Nun gut, es sei, doch der große Vater Dante erlaubt euch wohl am Ende, dass ihr dem, der eure Trübsal bannte, gewähret mildernde Umstände.